Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Luftreiniger und Luftwäschertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5, haben wir der Philips AK 1214-10 Luftreiniger Series. Der Philips Luftreiniger Connected AK 1214-10 entfernt dank Vorfilter, HEPA-Filter und Aktivkohlefilter 99,97% der Schwebstoffe aus der Raumluft. Diese Filterkombination entfernt Partikel bis zu einer Größe von 0,02 µm aus der Umgebungsluft, was insbesondere für Allergiker ein erheblicher Vorteil ist. Der Filtprozess dieses Geräts kann auf verschiedene Weise angepasst werden. Der Luftstrom des Philips Luftreinigers Connected kann auf vier verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden. Außerdem stehen vier weitere Reinigungsmodi zur Auswahl. Es gibt einen Fahrmodus sowie einen Nachtmodus und eine Allergieoption, die alle die Reinigungsleistung des Filters automatisch verbessern. Umzug auf Nummer 4, haben wir der Default Luftreiniger APURI 4 mit 3-in-1-HEPA-Filter. Im Default-Umfang des Default Luftreinigers LVH 132 ist ein Nachtlicht enthalten. Dieses Nachtlicht hat zwei Helligkeitsstufen, die separat eingestellt werden können. Daher kann es auch in Schlafzimmern verwendet werden. Im Kinderzimmer ist der Luftreiniger mit Nachtlichtfunktion besonders praktisch. Mit den zwei Helligkeitsstufen sorgen Sie dafür, dass Ihr Nachwuchs keine Angst hat und genießen gleichzeitig frische, geernigte Raumluft mit einem einzigen Zug. Auch eine Filterkombination aus Vorfilter, HEPA-Filter und Aktivkohlefilter mit einer Fehlgenauigkeit von 99,97% finden Sie hier. Partikel ab 0,3 µm werden durch die hocheffizienten Filter aus der Raumluft gefiltert. Pollen, Staub Auf Platz 3, haben wir der Philips Luftreiniger 2000 Series. Mit einer Reinigungskapazität von etwa 79 qm ist der Philips AK 2887-10 Luftreiniger ideal für große Räume. Ein Vorfilter, ein HEPA-Filter und ein Aktivkohlefilter sind im Philips Luftreiniger kombiniert, um 99,97% der Schwebeteilchen aus der Luft zu entfernen. Pollen, Staub und Bakterien sind mit dem Philips Gerät kein Problem mehr. Darüber hinaus kann der Philips Luftreiniger Gerüche aus der Raumluft filtern, was ihn ideal für Häuser mit Rauchern oder Hoppelköchen macht. Mit dem Philips Luftreiniger verfliegt selbst der anhaltende Zigarettengeruch im Handumdrehen. Umzug auf Nummer 2, haben wir der Levout Luftreiniger gegen. Drei Filterstufen zeichnen den Levout Luftreiniger LV Pur 131 aus. Dieser Filter verfügt über einen Vorfilter, einen HEPA-Filter und einen Aktivkohlefilter, was ihm eine Fehlgenauigkeit von 99,97% verleiht. Dadurch kann der effektive Filter des Levout Modells praktisch alles aus der Umgebungsluft heraus filtern. Mit dem Levout Luftreiniger können Sie Pollen, Tierhaaren, Schimmelsporen, Rauch, Gerüchen und sogar Staub endlich den Kampf ansagen und sich von ihnen verabschieden. All diese Verunreinigungen werden durch den Filter zuverlässig aus der Umgebungsluft entfernt. Dadurch ist der Levout Luftreiniger ideal für Familien mit kleinen Kindern, Allergiker oder ältere Menschen, die einen zusätzlichen Schutz des Immunsystems wünschen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Dyson Pureco Link Luftreiniger. Der Dyson Pureco Link Luftreiniger ist ein Hybridgerät, das einen Luftreiniger, einen Tom Ventilator und einen Heizlüfter in einem Gerät kombiniert. Der Dyson Pureco Link reinigt nicht nur die Raumluft. An heißen Tagen spendet sie erfrischende Abkühlung, während sie an kalten Tagen für wohlige Wärme sorgt. Das Dyson Modell erreicht eine Filtgenauigkeit von 99,97% und eliminiert dank des 360 Grad HEPA Filters kleinste Partikel aus der Umgebungsluft. Der HEPA Filter des Dyson Luftreinigers hat eine Schicht aus Glasfaser und Aktivkohle, die zu hohen Filtqualität beiträgt. Darüber hinaus sorgt der automatische Reinigungsmodus dafür, dass die gesamte Umgebungsluft bei Bedarf und gleichzeitig gründlich gereinigt wird. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen UG-Date-Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.